Wenn Scooter-Frontbank H.P. Baxter auf der Bühne eine Megashow ablegt, sitzt seine Mutter auf der Tribüne und feiert richtig mit. Ich feiere richtig mit, weil es macht so einen Spaß, also mit dieser Musik. Und wenn Sie Scooter hören, Sie sind mal nicht so gut drauf, das rate ich Ihnen, dann legen Sie mal eine Scooter-CD auf. Geht es Ihnen aber sofort besser? Mehr über das Scooter-Konzert und wie stolz seine Mutter auf H.P. Baxter ist auf www.herein.tv Geht es Ihnen? 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 Geht es Ihnen?